The St. George Herald präsentiert alle 42 Kultfilme. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Freunde des archivarischen Cineasmus. Mein Name ist Monty Arnold und das ist der Mann, den ich als Ersten begrüße, Torben Sterner. Hallo. Die 60er Jahre kommen und gehen immer wieder und jetzt sind sie wieder da für die nächsten Minuten. Blow Up Großbritannien 1966. Regie Michelangelo Antonioni. Was taugt der Film denn nun wirklich? Der taugt wirklich eine Unmenge. Es ist ja auch ein britischer Antonioni, mit dessen Werk ich mich dann natürlich auseinandergesetzt habe, nachdem mich Blow Up so begeistert hatte. Der sehr britisch ist und die Swinging Sixties sehr schön in die Stube zurückbringt. Also ein Film, der einfach einen Zeitgeist so aufgefangen hat, wie ein alter Tatort, wo man dann immer auf die Autos und Klamotten guckt. Das ist ein so bestimmender Teil der Handlung. Es ist praktisch das Trägermaterial, auf dem diese ganze Geschichte sich abspielt, innerhalb der auch all diese seltsamen, verhuschten Verhaltensweisen all dieser Leute einen Sinn ergeben. Und ich frage mich, wie der Film auf jemanden wirken mag, der sich, was ja heute üblich ist, wenn man heute 20 ist oder 30 ist, überhaupt nicht dafür interessiert. Was waren denn eigentlich die 60er oder wie waren denn die Leute drauf oder waren die Leute früher überhaupt anders drauf als wir heute? Und wenn man heute einen Film dreht, der in den 60ern spielt, fehlt das ja auch immer alles. Da wird dann drauf geachtet, dass die Schlaghosen sitzen und die Frisuren und die Platten werden aufgelegt. Und ansonsten benehmen sich die Menschen ja genau wie wir heute. Und dieses Dokument ist erstmal toll und das wäre natürlich nicht der Rede wert, wenn nicht auch diese Handlung mich immer wieder wahnsinnig fesseln würde. Jedes Mal, wenn er diese Vergrößerung macht und dann guckt, was ist das da hinten, bin ich wieder total angefixt und gucke mit ihm zusammen hin und versuche diese krümeligen Bildteile zu entziffern. Ich habe eine so starke emotionale Anteilnahme an einem solchen Vorgang eigentlich nur in einem einzigen weiteren Film, den ich auch immer wieder anschaue. Und das ist die Zeitmaschine, als Rod Taylor in der Garage steht, in seinem Gewächshaus und die ersten Experimente macht und dann sich noch nicht richtig traut und ganz vorsichtig an seinem Steuerknüppel rührt und auf einmal sieht, oh die Kerze ist runtergebrannt. Dieses vorsichtige, forschende Herantasten an die Sache, was wir hier eben ja auch sehr schön sehen und was ja seine Zeit kostet. In dem Artikel wird ja auch gesagt, es sei dann hinterher gar nicht so klar, ist das jetzt eigentlich alles wirklich passiert? Ist es vielleicht nur Illusion? Das Leben ist ja voller. Ich halte von dieser These nichts. Die meisten Dinge, die im Leben passieren, sind sehr, sehr eindeutig. Die meisten Diskussionen, die man führt, ja das ist deine Wahrheit und das ist meine Wahrheit. Naja, es gibt schon ein paar Sachen, auf die man sich verständigen kann und das sind gar nicht so wenige. Und ich sehe den Film so, dass dieser Mord selbstverständlich passiert ist und dass dann eben einfach die Sache irgendwann sich auflöst, weil Thomas, der ja kein Ermittler ist, sondern ein Modefotograf, die Sache aus den Augen verliert. Die Idee am Schluss mit den Tennisspielern, das ist natürlich eine ganz zauberhafte Metapher, um aus dieser Geschichte auszusteigen. Wie hat er dir denn gefallen? So. Es passiert nichts in diesem Film. Nichts, was du gesagt hast, die einzige Szene, wo auch ich ein bisschen konzentrierter war und gefesselt war wirklich, als er dann die ganzen Fotos entwickelt, wie er ranzoomt. Heutzutage machst du einfach zwei Finger breit und er zoomst dran. Und da muss er halt wirklich noch entwickeln. Das dauert Stunden, Blow-up, ja, vergrößern, heißt es ja auch. Aber ansonsten, vielleicht habe ich eine andere Sehgewohnheit mittlerweile. Ich meine, der Film hat den Cannes den Hauptpreis gewonnen, damals 66. Dass der einen Preis gewonnen hat, dass er die 60er gut zeigt, das hilft uns ja nichts, wenn wir ihn langweilig finden. Ich finde ja diese Dinge nur erwähnenswert, weil für mich das alles zusammen eine wunderbare Mischung ergibt und weil es mich nervt, wenn Filme eine historische Zeit irgendwie aufrufen und vorgeben und sie dann aber, abgesehen von Oberflächlichkeiten, nicht ausfüllen. Das konnte der Film ja kaum falsch machen, er ist ja damals entstanden. Aber wenn dir das nicht hilft, wenn du sagst, die Figuren interessieren mich nicht, die Handlung sehe ich gar nicht und wenn doch, ist sie mir zu lahm, dann sind diese Argumente natürlich wertlos, das ist mir bewusst. Es gibt ja keine Figuren, es gibt ihn, der ist ein völliger Narzisst, der nur für seine Kunst lebt, kann er ja machen, ansonsten verhält er sich wie der letzte Arsch allen gegenüber. Dann kommen da diese Mädels plötzlich, die fotografiert werden wollen, und die schmeißt er raus, später hat er ein bisschen Spaß mit denen und plötzlich schläft er und wird geweckt von denen und dann hauen die wieder ab. Dann geht er auf ein Konzert, da wird eine Gitarre kaputt gemacht und alle prügeln sich über den kaputten Gitarrenhals. Er hat ihn, läuft weg, schmeißt ihn in die Gosse. Ich kam nicht klar auf diesen Film. Ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren über den Film. Bei Wikipedia wird er als Thriller angepriesen. Ich weiß nicht, die Definition... Ich gebe zu, das ist eine unglückliche Einordnung. Er hat ja Thriller-Elemente, beziehungsweise der Plot hat diese Elemente. Der Film selber hat sie kaum. Er sieht dann die Leiche, er geht ja nochmal in den Park, da liegt die Leiche noch. Später, dann erzählt er das seinem Kumpel, geht dann nochmal hin, ist die Leiche weg. Und ich so, ernsthaft? Wundert dich das jetzt? Jetzt müsste er nur noch mit den Schultern zucken. Und was macht er? Er zuckt mit den Schultern. Und sagt, ja gut, dann ist sie weg. Ja, dir kann man es aber auch nicht recht machen. Dann macht er einmal das, was du willst und dann beschwerst du dich. Aber nein, das war so, dann kommt da diese Pantomime wieder, die am Anfang ja auch da waren. Und da habe ich auch gedacht, okay, ist das jetzt alles wahr? Oder wollte er diesen Mord nur sehen, damit irgendwas passiert in seinem Leben? Weil er ist ja völlig unzufrieden mit seiner Arbeit, mit den Models. Er ist ja nur am Meckern. Und wollte er mal ausbrechen, wollte er mal was erleben und bildet er sich das nur ein. Ich bin auf dieser These, bevor ich den Artikel gelesen hatte, gekommen und auch die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde auch sehr schön, dass diese beiden Sichtweisen im Raum stehen und dass unterschiedliche Betrachter die auch sich dann aussuchen können. Das gefällt mir sehr. Der mag wirklich in seiner Zeit ein großer Film gewesen sein, aber er ist sehr schlecht gealtert. Für mich ist dieser Film überhaupt nicht gealtert, keine Sekunde. Ich glaube, die Entfremdung, die er auslöst, hat nichts mit der Alterung zu tun, sondern damit, dass er von einer Welt erzählt und von einer Gesellschaft, von einem Zeitgeist, der dir einfach sehr fremd ist. Das ist so, als würden wir jetzt einen Film sehen, der sehr gut die soziale Situation der Wasserträgerin in Uruguay abbildet. Ich stehe ja ganz oft vor dem heutigen Sozialarbeiter- und Arthouse-Kino und sage, was habe ich davon? Es ist ja gar nicht die großen Swinging Sixties, sondern es ist ja sein kleiner Kosmos. Wir sind ja fast nur in seinem Atelier. Ja, aber ich bin immer der Meinung, das ist nicht nur bei diesem Film so, wenn mir irgendein großer Bogen erzählt wird, was weiß ich, der Krimkrieg oder die Kubakrise, dann will ich das natürlich an einem möglichst konkreten Beispiel sehen. Weil Filme, die dann immer versuchen, mir ein möglichst großes, breites Bild zu geben, funktionieren für mich nie, 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 nie. Das Gleiche ist ja, wenn eine Biografie verfilmt wird. In schlechten Verfilmungen wird dann immer das ganze Leben umrissen und dann gibt es natürlich Zeitsprünge. Aber dann muss ich mir auch noch ansehen, wie ich erfinde, dass jetzt Paul Simon als Dreijähriger vom Roller gefallen ist. Und das funktioniert dann, wenn man sich sagt, wir nehmen uns eine Passage aus der Biografie heraus, wie zum Beispiel in dem grandiosen Film Capote mit Philip Seymour Hoffman, wo man eine entscheidende Passage aus dem Leben des Menschen ganz besonders deutlich erzählt. Und dann kann man sich den Fokus selber ausweiten. Und wenn es bei Blow Up mit dir funktioniert hätte, dann hättest du sagen können, ich sehe an diesem Beispiel, dazu müsstest du natürlich den Helden irgendwie interessant finden, was ja nicht geklappt hat, wie diese Leute damals drauf waren. Also ich fand ihn unfassbar lahm, ist unfassbar langweilig. Der Soundtrack ist schön, der immer so vor sich hin plätschert, unaufdringlich. Aber was ich gerade wieder merke, Filme, die keinem Genre klar zuzuordnen sind, sind schwer zu vermitteln. Ganz viele Filme, die ich sehr liebe, wie zum Beispiel das Privatleben des Sherlock Holmes, da schreiben sie abwechselnd Komödie oder sie schreiben Kriminaldrama, das ist es alles nicht. So ist es hier auch. Er ist keine Mystery, er ist kein Thriller. Das Einzige, was er ist, ich komme zum Anfang zurück, er ist ein Sittengemälde, nur damit kannst du keine Filmfans ihnen damit helfen, was sie sich anschauen möchten. Andererseits habe ich auch nichts gegen Genrefilme. Also ganz oft wird ja in Kritiken so getan, als sei es schäbig und von Nachteil, wenn ein Film einem Genre klar zuzuordnen ist. Ich finde beides unsinnig. Ich mag das eine wie auch das andere. King of Comedy ist auch ein von mir heiß geliebter Film, der in kein Genre richtig reinpasst. Grandios. Der Misserfolg folgte auf dem Fuße, wo du mir vielleicht zustimmst, man kann dem Film nicht verübeln, dass die Wikipedia jetzt nicht weiß, wo sie ihn hinstecken soll. Alles gut, ja, ja. Nein, ich hatte Wikipedia aufgemacht und da stand halt direkt oben Mysteries. Nee, da stand ja Thriller. So, bei Prime stand Mystery. Gut, aber es war sehr mysteriös, was alle an dem Film finden. Das, ja. Und insofern passt es doch. Die komplette Folge mit Inhaltsangabe und historischen Infos zum Film sowie viele weitere Episoden gibt es überall, wo es Podcasts gibt unter alle 42 Kultfilme. Die komplette Folge mit Inhaltsangabe und auch auf dem Film finden. Untertitelung des ZDF, 2020